Die Überlebenschancen des Agenten im Kampf zu steigern. Der Panzermodus verbraucht einen Anzugenergie. Die Überlebenswahrscheinlichkeit in der Nähe explodierender Munition steigt. Die Überlebenschancen im Kampf zu steigern. 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 Oh, oh, oh. Untertitelung im Auftrag des ZDF Der Stab unterweber und die Aufsichtsbank ist noch ein Strahchen. Denn alle Stabungen erroren sich immer wieder im Haus. Komm doch mal! Seht ihr die Aufhör! Nach der Seite, diese Abruz gehörten! Der Tod lässt den Abruz auf den Schädel um Kreativhet und um die Stabung zu verabschieden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh, Scheiße! What the hell are you, what the hell are you, Saddam? Ah! Not the vision, Saddam. Nanovision aktiviert. Nanovision aktiviert. mag- ductschirm ruft muss stop Entweder Nest vorsturge Start Finde eine Alternative Roger. Finde eine Alternative Roger. Okay. Okay. Oh, oh! Oh, oh. Muss so sein. So der afrikanische Dschungel ist scheiße wie Ebola! Ich bin nämlich für die Flugzeug oder was? Ich bin der Mund. Na los! Oh, oh. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Schau eine feindliche Übertragung an. Hier ist Commander Lockhart an alle Cell-Mitarbeiter. Unsere Versuche, den Zellzusammenbruch bei den Infizierten umzukehren, sind erfolglos geblieben. Evakuierung ist keine Option mehr. In der ganzen Stadt gilt ab jetzt beim geringsten Verdacht auf Infektion Schießbefehl. Außerdem ist das Nanosuit-Subjekt Prophet ebenfalls als aktives biologisches Risiko zu betrachten. Prophet muss bei Sichtung erschossen werden. Wow, Alienbedrohung nähert sich. Wir nehmen meinen Segens Varianten auf Infektion Schießbefehl. Wir haben die